Hallo Leute, wie geht's euch? Hallo! Ich bin ein Euremeer wieder am Start Und heute noch dabei, da Benni66, unser Kumpel Ich nehm nicht auf Stunzerverhalt, wie gesagt Ohne leider bei mir keine Felskämme, also, jo Weil ich mit meinen neuen Aufnahmebekommen am Start bin Willst du fahren, oder soll ich jetzt fahren, oder wie willst du das machen? Ah, ich fahre noch ein bisschen runter Ist halt kein Relife mehr, so gesagt Ja, ist viel besser als Relife Und ich ändere mal das Wetter Kann man das? Ja, bei F1 nach Weather Naja, bei Weather kann man das einstellen, ja genau Ja, stimmt hier Sturm Nee, geht gar nicht Ja, das dauert immer ein bisschen Ich hab jetzt mal sehr heiß aktiviert Okay Schon letztens Ich hab Sandstrom Lolik Lolik Also ich mach das mal bei mir, wenn ihr auf F1 zieht, habt ihr hier verschiedene Auswahl Kill Ich hab die Schaden, hier Kill 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 Geld kann man auch machen, muss man halt mit dem Auto bisschen rumdüßen und wenn man hier drauf geht, kann man dann cheater, so cheater, alle mögliche Autos holen so gesagt wie das hier, hier so wie das hier ach, geht gar nicht, Scheiße ich mach mal Fliege aus, Alter, oder? weißt ja also ihr könnt mit fliehen, so dann fliegen alle Schleicher ist es, du Vogel natürlich, keine Ahnung Probleme, du kleiner Wichser na Spaß so, Fliege ist aus er zurft komm, ich flieg mal Alter, warte oben, es war voll cool ich flieg mal, Oli, ok, bitte Oli, lass mich fliegen hey, Alter ich snipe euch weg jetzt, Alter na, Spaß der Bus da ist tatsächlich Spagasten und Ben ist raus yay oh nein, oh nein Mayday fucky fucky ja, ich hatte keinen Block mehr, deswegen bin ich rausgesprungen, hab ein Jetpack genommen geh doch auf F1 fügst du auf Jetpack und du hast ein Jetpack was ist mit der Bus los 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 ey, lass mal Flughafen und fliegen mit dem Flugzeug irgendwie rum geh auf den Flughafen da wo man kaufen kann, weißt was da in der in 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 da bin ich jetzt halt hier und dann holst du dir so ein Flugzeug hier, wo ich jetzt hab und dann steigt er ein bei mir kleiner Rundflug machen wir jetzt ein bisschen mit dem Flugzeug Bist da? Ne, aber ich bin tot Ich hab ihn grad gekillt Aha, wie witzig Junge, lass mich auch einfach mit dem Flugzeug fliegen Nein, einen nur! Komm, mach mal bitte, Odi Nein, ich sage, was ich hier mache Das ist mein Channel und das mache ich, was ich will Hol's, hol's Hol's der auch ein, oder? Nein, ich will mir auch eins Wie heißt der? Ah, nein, muss ich gucken So alter, alter Boah, der ist nicht geil Was? Jetzt auf Alt Turbospeed Weil... Wo, 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 wo? Scheiße, 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 scheiße Okay, das war nichts Okay, fliegen ist nicht meine beste Art Was macht denn da Benni Was macht denn da Benni? Unser Freund und Helfer Scheiße, scheiße Scheiße Okay, war nix Aber ja, ich kille es Aber ja, ich kille es Viel Spaß Ähm, pfff, ja Hol mal hier so'n Dinger Ich hab ne... Ich hab ne Idee, alter Was? Weiß noch, wo wir mal hier drauf waren Haben so, ey, so Art Wettrennen gemacht So, weißt du, ganz schnell So, weißt du... Ja Na komm mal, warte dich mal zu mir wieder Schnell Ist gut, Junge, ist gut, Junge Ähm Ja, weißt, wenn wir keine Aufnahmen machen, machst du mich voll rund und dann haust du mich immer, ne? Ja, das mach ich das gerne, das ist mein Alltag bei mir Ich schaue auch jeden Freunde oder jede Menschen, siehste Jo, jo, du machst nix Ja, ich will das hier Blut in WeLife Haaa Oder schießt mich auch in die WeLife Also, ja, kein Wunder, ne? Ja, klar Egal, komm, komm, komm wieder her Ja, kein Bock mehr Nee Bis Da mach dir Bock Also, Leute, bis dann Euer bei die Teure mir Also, ciao Nein Ich kill dich, alter, wenn du mit da reinkommst Ich fahr gleich mit Autos hier und kill dich Hallo Ja, komm Oh, Benni ist so schlau Oh, der Benni ist so... Oh, der Benni ist so... Ja, sag mal, den hier, dann Ich kenne keinen Den hier Ich kenne keinen Den hier Das ist der Falsche Ich meine den hier Den Dumber Ich kenne keinen Den hier Das Auto, wo ich jetzt bin, Mann Ja, welches Auto, weißt du? Ich kenne genau welches Auto Guck mal, wo ich bin, hier Mal zu diesem Auto, was ich jetzt habe, oder was? Ja, ja, mach Du warst hier, halt Gehst du die Spur In die Mitte Und ich fahr mal ganz vor, okay? Äh, welchen Auto hat wer, oder? Du nimmst das Auto, wo du jetzt hast Und dann mach mal so mit Vollspeed ohne Gegenfahr Mal schauen, was... Mal schauen, wer dann stirbt Du oder ich So, ich fahr mal vor, dann zeig dir, wenn ich dann bereit bin weil sie in die Mitte, ne sie in die Mitte Alles gleich, warte hier Schreibt wieder an der Benedikt Üüngegl Üüngewich Warte mal, glaub ich mach gleich was Na dann können wir auch noch warten, da ist das, da ist kein Problem wan Schnür Das ist das Problem, das ist mein Problem oder? Ich bin im Garten hier drinnen und in Störze alle Krieger voll die Nachrichten Ui ich kann gerade hätte ich mach aufnahmen Probleme hier bestätigen auch in der Fahrbahn nein das bin ich an der Reihe hier ja ich bin erledigt auf alle die Welt fliegt vor weit weg er sehr wohl in voll Lund um voll im ersten Leben mehr der Ausgangsverband kein Wiener ich weiß kaum kommen her zu mir versuchen umzufahren ich bin schon wieder aber wer 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 auf dem Wiener auf dem stelle mittlere Spur ne ich komme gleich ich warte auf dich bist du da vorne nein bleib einfach stehen ich komme gleich nicht töten Benedikt bitte wir machen was so ne Haufen geilen Umdrehungen reingemacht ja wo bist du denn nicht ich tu mir um bleib einfach da stehen bleib einfach da stehen und ich geh nicht gleich mit Sniper ja hör mal auf als Toto 6 2 ich bin ja keine Schimpfhörde hier bei Youtube ja das muss einfach sein jetzt nicht schießen ja dann lasst du es einem verrechnen keine Schimpfhörde hier bei Youtube ach ich ich dachte wir sind bei Fernseher ah bei RDL als Sender hehehe ja ich glaube ich komme jetzt du sagst doch nicht kille und dann killst mich ganze Zeit oder versuches halt nein so nicht hä wo bist du denn hä wo bist du ich werd bei dir da ja auch neben Wagen wo seid ihr dann ah da seid ihr hab ich ja nicht erst gesagt es soll in der Mitte bleiben hier da bin ich doch ja aber nicht mit dem Auto ne wie lernt man eigentlich seine Energie wieder auf hä oh sorry wie lernt man seine Energie wieder auf welche Energie trinkert sich und rauskommt mit der Energie die ich meine neben du musst aufs das ist ja dein Laptop ähm ganz einfach du musst aufs hallo du musst aufs hallo du musst aufs hallo 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 was hallo gebt ihr mumkos ich komm wieder durch ich komm wieder durch ja bleibt doch klar oder ja kein Problem wir winken da rum alter du hörst aus der Fläche heihe 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 Alter Alter lass uns mal zu dritt machen oder? so was was kill ich kill dich mehr ha ha kill ja ich kick ha ha Ali mach das mal also wir machen nicht mal was du bist in der rechten hast du in der mittlere Spur ich mach das jetzt bitte ok was äh was äh 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 die rechten die linke halt weil ich von mir aus so gesagt ok warte 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 einmal ist noch eine andere Frage wie lange nehmen wir schon auf? ähm ähm du bleib mein Aufmuhannahme bekommen habe ich jetzt leider des Dings deaktiviert was in Zeit achso ja ich tue jetzt noch bis 20 Uhr aufnehmen dann höre ich wieder auf weil ich weiß nicht wie lange wir schon aufnehmen oder? ich weiß es nicht so genau ahja mein neues Video ist online jetzt bei YouTube gell von dem Surfer halt schon Aua was Aua ähm ähm bist bereit? uuuuuhuuu Alter aber was machst du? sag doch das dass du fährst hhhhhh hhhhhh langewelle geht ich bin mir einig keine langewelle egal komm scheiß drauf ich fahr auf bleck der warte 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 bleib 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 da stehen wer war das? äh das war ich aber halt egal ich bin im Wasser ja ich tue ein bisschen Wasser ja ich kann mein Auge mit im Wasser uuuuuhuuu Aua Hi alles brennt was ist das? naja scheiße denn Mars hat nicht reagiert ey alle drei tot hehehe ah das ist der Alltag bei mir drei bei uns was hehehe hhh was hat das jetzt gewesen? wiiiiiii heheheh 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 spaß man heheheh heheheh ey der Ring hat aufgehört yeah es schneit und es blitz heheheh 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 oh mein Gott komm lass 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 bitte töten oja gute Idee Junge かな Mithilfeckel wie Mithilfeckel aujaaa aujaa ujaa ojea apologize äh, nix, nix ok, irgendein Uhr ja, warum gehen das jetzt bei mir? den Wagen brennen hä? Olli? ja? ey, was geht denn am toll? ey, wir fahren Wasser ah ey geil nicht mehr ja, ich hab mir die stimmt, das kann man machen man kann unter Wasser fahren, wenn man halt wenn man ans Auto einsteigt und dann halt gegen die Laterne rennt yay und dann halt hier drauf geht auf Map und dann halt ja, ich fahr jetzt Wasser ja ja, das ist ne U-Boot das Auto geht nicht mehr an kannst du nur rückwärts fahren nö, ich kann fahren Alter, wie das aussieht wie das aussieht unter Wasser warte, warte, bleib da, bleib da, bleib da stehen warte, bleib da stehen warte, bleib kurz mal da stehen fuck, wo seid ihr fuck, wo seid ihr im Wasser ok, genau wie sowieso hä? naja, da kann ich mich ja nicht mehr rauswarten ich denk mal Audis hier auch sind, oder? ja Alter, wir sind im Wasser drin es gibt doch gar nicht, ey ja, voll lustig was so, wie ist der halt Left-In-Gamers-Auto aha ja, der Bede ist bei mir drin okay, ein zweitüriges Auto stimmt ja na, diese scheiße Bälle, geh raus, hopp raus Bälle pft halt, Jüge oh, da fährt mich da, als ich hier das um ey, es gibt's ja so gar nicht ey, ich weg bin ich wir können ja sogar aussteigen aber ich guck mal, ob ich ein Auto mit 3,4 Tücher finde ja, toll die Autos schwimmen aber weg hallo ja, wir müssen mal allem du nein bitte, bitte, nein bitte, nein, bitte, nein, bitte hack mich also Leute, bis später dann, gell tschau Leute, wir können auch tschüss tschüss, ihr Spacken Spaß man zieht sich in der nächsten Folge wieder, gell, tschüss